Ich komme aus Niederösterreich, oder wie es wir nennen, das Oberösterreich des Ostens. Genauer gesagt bin ich hier in Kleinschramming am Winzling aufgewachsen. Den Ort kennen jetzt nur die wenigsten Leute und die, die ihn kennen, die wohnen halt dort. Bei uns hält der Zug nur so circa einmal im Jahr. Und das auch nur, weil sich wer auf die Gleise wirft. Oder geworfen wird, da gehen die Meinungen auseinander. Mein Geburtshaus. Kleinschramming am Winzling ist aber eigentlich eh ein sehr nettes, weltoffenes Plätzchen. Die Menschen hier sind auch außerordentlich tolerant. Solange du halt einigermaßen männlich, weiß, österreichisch, heterosexuell, nicht kleinwüchsig, nicht zu dick und nicht zu dünn und auch nicht dumm, aber ja nicht zu intelligent und auch kein Jude, Moslem, Artist, Buddhist, Newist, Kommunist, Grün oder Veganer bist. Also ein anständiger Mensch bist.